Mit der Qubo App wird Kaffee zur Einstellungssache. Damit stellst du dir deinen Kaffee nämlich immer genau so ein, wie du ihn am liebsten trinkst. Außerdem hast du deine Lieblingsrezepte ab sofort immer dabei und kannst sie an jeder mit dem WLAN verbundenen Qubo Maschine zubereiten. Um deinen eigenen Kaffee zu kreieren, öffne die Qubo App und wähle das Getränkemenü. Füge ein neues Rezept hinzu, in dem du dich für eines unserer Basisrezepte entscheidest. Die haben unsere Kaffee-Experten extra für die App und extra für dich zusammengestellt. Wähle eines der Rezepte als Vorlage und verfeinere es einfach nach deinem Geschmack. Wähle dafür die passende Tassengröße, wie viel Schaum, Milch und Kaffee du wünschst und ob deine Milch und dein Milchschaum heiß oder kalt zubereitet werden sollen. Jetzt musst du dem Kind nur noch einen Namen geben und fertig ist deine eigene Kaffeekreation. In der Detailansicht findest du nicht nur Tipps zur Zubereitung deines Getränks, sondern auch eine Empfehlung, welche Kaffeesorte besonders gut zu deinem Rezept passen könnte. Wähle eine Maschine, die sich im selben WLAN wie dein Smartphone befindet und an der du deinen Kaffee zubereiten möchtest und schicke deine Kaffeekreation an sie. Sobald deine Kreation im Display der Qubo Maschine erscheint, lege eine Kapsel ein und starte die Zubereitung mit dem Drehknopf. Alle deine Rezepte werden übrigens in der App gespeichert, wo du sie jederzeit weiter verfeinern, zum direkten Genuss an eine Qubo Maschine senden und solltest du der Besitzer der Maschine sein, sie dauerhaft auf deiner Maschine speichern kannst. Qubo. Create your coffee.